Freispruch für Franck Ribéry im Pariser Sexprozess. Das Gericht spricht den Mittelfeldstar des FC Bayern München vom Vorwurf frei, er habe wissentlich Sex mit einer minderjährigen Prostituierten gehabt. Auch der mit Ribéry angeklagte Stürmer Karim Benzema von Real Madrid wird vom selben Vorwurf freigesprochen. Die beiden französischen Nationalspieler waren zu dem Prozess nicht persönlich erschienen. Ribéry hatte eingeräumt, 2009 in einem Münchner Luxushotel Sex mit der damals 17-jährigen Saia Dea gehabt zu haben. Er will ihr wahres Alter aber nicht gekannt haben. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, es könne Ribéry unmöglich das Gegenteil nachgewiesen werden. Die Höchststrafe für Sex mit einer minderjährigen Prostituierten liegt in Frankreich bei drei Jahren Haft und 45.000 Euro.